Aber sie hat die Lesung, Heidi Kater, die Deutsche, in Blau. Dann neben ihr Erik Thieb, nein, die Erik Thieb, die Olympiasiegerin von 2014 aus Kandau. Whistler, bitte schön an, von Ariel Kater. Neben ihr, die junge Deutsche, Daniela Meier. Und ganz rechts außen, die Dame in gelb, mit ihrem Comeback, Ariel Berchee, Sabaté aus Frankreich. Entschuldigung! 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 Stimmengewirr! Der Röhrkanzler mit einem Raketenstaat, der Röhrkanzler ist in Rot. Mit die Deutschen hier! Schönen wir ihn weg zum Brauch! Bei der Röhrkanzler in der Röhrkanzler, Röhrkanzler hat die drei Erführer, die sind hier in der Fünferkurve. Anel in Varsichem Martell, die ist in der Fünferkurve. Anel in Varsichem Martell, auf der 2, Heidi Sacker an der dritten Position. Reo! 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 Der Klopfsportektion ist total gefahrlich. Wenn es nachschiedet wird, dann wird auch Kopsa. Das ist der Klaser! Heute können wir Mariel für ein großartiges Posten bezeichnen. Sie müssen den Namen Mariel, um in den Top 2 Spots zu sein. Montafor, machen Sie etwas Neues für die Mädchen! Und jetzt kommt der Ziel mit Daniela Meier aus Deutschland! Super! In Gefahren der Daniela Meier, Platz 4. Im Motto von 7 sehen wir heute Abend auch bei der großen Stieger am Gang. Da ist die Siegerin, Mariela Samson aus Kanada. Mariela Schilder-Patheter aus Frankreich auf der 2. Und meine deutschen Damen, Heidi Samson auf der 2. Und Daniela Meier an der 14. Posten bezeichnen.